Servus Leute, heute begrüße ich euch aus meinem Lager und ich wollte euch mal ein bisschen zeigen, was ich heute so kochen werde. Wenn uns das interessiert, dann bleibt dabei. Bis gleich. So, jetzt wollen wir erstmal was, das Öl erhitzen. Schön, Öl rein, damit nichts anbrennt. So, jetzt mal ein bisschen Knoblauch angedünsten. Ich habe jetzt zwei Knoblauchzehen klein geschnitten, die lassen wir jetzt immer ein bisschen andünsten. Dann kommt jetzt Paprika hinzu. Ich nehme da immer diese Mini-Paprika, die ist leichter zu verstauen. Und ja, habe ich jetzt drei verschiedene, Rot, Gelb und Orange. So, und jetzt lassen wir das mal ein bisschen andünsten hier. Hackfleisch dazu. Da habe ich jetzt 250 Gramm Hackfleisch. So, und jetzt wollen wir das mal ein bisschen schön anbraten lassen. Damit es schön durchgebraten ist. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern. In der Zeit kann ich aber schon mal weitere Vorbereitungen treffen. Das heißt, ich muss noch Moos klein schneiden. Ja, ehrlich. Ich muss noch nicht unbedingt die Vorbereitungen machen. So, jetzt muss ich jetzt eine Vorbereitungen machen. So, dann kommt jetzt die Cochizo oder Corizo Wurst dazu. Das ist eine pikante Wurst aus Spanien. Hat einen sehr guten Geschmack. Lassen wir jetzt auch ein bisschen andünsten. Das sieht doch schon sehr geil aus. Jetzt kommen noch ein paar Champignons dazu. So, jetzt lassen wir das mal ein bisschen köcheln. Ja, weiter geht's. Jetzt kommen noch die Schupfnudeln rein. Die müssen jetzt mal gut anbraten. Wow, das gibt eine mächtige Pfanne. Ja. 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 paar Zutaten. Der Knoblauch, der riecht und die Wurst, das Hackfleisch, lecker. Ja, dann geben wir jetzt ein bisschen Creme Fraiche hinzu, damit das Ganze ein bisschen zahniger Wurst, würde ich sagen. Ein bisschen schmanniger Wurst. Ah, wie sieht das geil aus. Also wer da keinen Hunger bekommt, ich weiß es nicht. Mit dem stimmt was nicht. Nein, alles gut. Jedem das seine. Aber das sieht doch geil aus, oder? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. So, ein bisschen durchköcheln lassen. So, jetzt tun wir das Ganze ein bisschen würzen. So, jetzt kommt die letzte Zutat. Dann sind wir auch schon fertig. Ein bisschen Käse. Lassen wir jetzt schön schmelzen. Und dann ist es schon fertig. Ich hab noch mal eine Mächtige Pfanne, du. So, Leute. Wenn euch mein Kochvideo gefallen hat, dann Glocke aktivieren. Gefällt mir drücken. Und einen Kommentar da lassen. Da würde ich mich super drüber freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Egal wie. Bis dann. Ciao.